Hallo ihr Lieben! Heute gibt es von mir mein DM-Haul für den Herbst und Winter. Ich habe hier eine beträchtliche Tüte voller Zeug und das zeige ich euch jetzt. Fangen wir an mit den Sachen für die Haare. Da habe ich natürlich einmal wieder meine Plantur 21 Serie nachgekauft. Shampoo, Conditioner und ein Serum, ein Kopfhautserum. Dann habe ich diverse Haarmasken. Einmal hier diese mit Apfelblüte. Dann mit Pferdemark. Arganöl in doppelter Ausführung. Mit Orangenblüte. Pfirsichblüte. Und Kirschblüte. Dann kommen wir zu den Sachen fürs Gesicht. Da habe ich einmal eine Tages- und Nachtcreme gekauft von Alverde. Ein Augengel. Ebenfalls von Alverde. dann diverse Masken. Einmal von Balea diese Milch- und Honigmaske. Dann diese Heilerde-Antistress-Maske. Eine Hyaluron-Tuchmaske von Schäbens. Eine Totesmehr-Maske. Die für die Augen. Eine mit Vitamin C. Das ist ebenfalls eine Tuchmaske. Mit Aloe Vera. Und diese hier. Clean and Care. Das waren die Dinge fürs Gesicht. Kommen wir jetzt zu den Deos. Ich habe drei Nivea-Deos gekauft. Das wären diese hier. Und nun noch die Badezusätze. Habe ich einmal für die Erkältungszeit dieses Erkältungsbad gekauft. Von TT Sept. Dann diverse Badekristalle. Hier einmal Rücken und Schulter. Gelenke und Muskel. Dann hier ein Anika-Bad. Von Kneipp. Dieses Entspannung. Dieses Entspannung-Pur-Bad. Ebenfalls von Kneipp. Ein Waldbad. Der Name hatte mir gut gefallen. Deswegen habe ich es mitgenommen. Riecht bestimmt auch richtig lecker. Dann hier einmal Tiefenentspannung. Die nächsten Bäder sind alle von Kneipp. Rückenbohl. Dann dieses hier. Ruhepohl. Und noch dieses hier. Das war mein DM-Hall für den Herbst und Winter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann in meinen nächsten Videos wieder. Tschüss.